wir sind hier im steinhuder meer und es ist sommerlich warm wir haben 15 grad und ich werde hier gleich mal aufs eis gehen und gucken ob das noch hält und ich bin auch dabei heute dennis ist auch dabei das ist ein freund von meteorologiestudium noch hält das eis aber wer weiß wie lange noch ben und ich sind hier im februar 2012 rübergegangen oha oh gott ja oha oh gott oha ja du bist genau vor dem aussichtsberg das wird ein super video es hält immer noch unglaublich unglaublich Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.